Hussem Aoua zu Eintracht Frankfurt, das wäre wohl der Transferhammer des Sommers geworden. Zumindest mal aus Sicht der SGE. Der Medizincheck war bereits absolviert, ja sogar ein Präsentationsvideo soll schon fertiggestellt worden sein. Offiziell wurde der Transfer allerdings nicht und die Gründe dafür sollen wie folgt aussehen. Zum einen gab es wohl finanzielle Differenzen in den Verhandlungen, zum anderen, und das wussten wir schon, waren auch andere Vereine an Aoua interessiert. Darunter Betis Sevilla, aber auch der SSC Neapel und die AS Rom. Den zuletzt genannten werden hier übrigens auch Stand jetzt die höchsten Chancen auf einen Transfer angerechnet. Eintracht Frankfurt wiederum ist raus aus dem Poker. Die endgültige Entscheidung soll dabei laut Sport1 berichten, aber nicht von der Spielerseite aus getroffen worden sein, sondern von den Verantwortlichen der SGE. Dem Vernehmen nach hat sich die Aoua-Seite zu lange Zeit gelassen, um Ausschau nach weiteren Optionen zu halten. Daraufhin hat die sportliche Leitung von Eintracht Frankfurt um Sportvorstand Markus Krösche die Reißleine gezogen. Und so soll der Transfer jetzt auch geplatzt sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, womöglich hätte der Spieler ohnehin selbst abgesagt. Vor allem dann, wenn Eintracht Frankfurt Europa verpassen sollte. Aber wenn man schon merkt, dass der Spieler selbst nicht die 100%ige Lust verspürt, für die Eintracht zu spielen, dann macht es ohnehin keinen Sinn. Und dann kann man es an der Stelle lieber kurz machen und sagen, alles klar, passt nicht zusammen. Und so können wir jetzt natürlich auch richtig gespannt sein, wer die Alternative zu Aoua werden wird. Und was das angeht, werdet ihr hier selbstverständlich weiter auf dem Laufenden gehalten. Bis dahin denkt natürlich wie immer dran, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr neu hier seid und nichts mehr über die Bundesliga verpassen wollt, dann lasst gerne auch ein Abo da. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.